Hallo meine lieben Zuhörer, hier bin ich wieder mit einer neuen Fassung der Editor Short Cut Version. Und diese Version ist eine gekürzte Version von Denk immer an heute Nachmittag von Gabriele Wohmann. Einer tollen Kurzgeschichte, die jetzt gerade durch meine Rede wieder länger gemacht wird. Egal, hört es euch einfach an, möglich dass ihr Ohrenkrebs bekommt. Es tut mir leid, ist ja auch scheißegal. Egal, ähm, Film ab oder eher Geräusch, Hörbuch, Sound, Datei, ab. Egal, los einfach. Eine halbe Stunde Fahrt auf der Hinterplattform, sagte der Vater. Wieder was Schönes zum dran denken. Die Bahn ruckelte durch die dunklen, feuchten Gässchen von Gradbett nachmittags. Zeit, in der noch einmal alle Frauen ihre Taschen zu den Krämern trugen, in die Auslagen der engen Schaufenster starten und wie im Gebet die Lippen bewegen, während sie die Münzen in ihrem klebrigen Portemonnais zählten. Die letzten Minuten, bevor die Kinder endgültig hinter den schadigen Hausmauern verschwenden, ehe die Männer auf ihren Motorrädern in das Delta der Gassen donnern würden. Das Kind hielt die Messingstange vor der Fensterscheibe fest, aber immer wieder rutschte die glatte Wolle seiner Handschuhe ab. Wie im Aussichtswagen. Lauter lustige Dinge, sagte der Vater. Du kannst immer dran denken, wie lustig war es doch, als wir plötzlich bei Wickler im Fenster die Mannequins entdecken. Und als der Vater sagte, Schön, wir fahren eine Bahn später. Die hübschen Mannequins. Weißt du es noch? Ja, sagte das Kind. Sein Knie spürte den Koffer. Die Bahn fuhr jetzt durch eine Straße mit eckigen, unfrisierten Gärtchen und Gratte sah nur noch wie ein dicker, dunkler Pickel aus. Dann Bäume. Die meisten noch kahl. Eine Bank mit einem Mädchen, das die Fingernägel reinigte. Gekrümmte, nackte Kiefernstämme. In sandigen Kahlschlägen. Der Wald von Laurich, sagte der Vater. Er zieht sich bis zu deinem Schulheim. Ihr werdet ihn wahrscheinlich oft zu sehen bekommen. Spiele im Wald veranstalten, Schnitzel verstecken. Und was weiß ich. Räuberspiele, Waldlauf. Ein fetter Junge auf dem Fahrrad tauchte auf und hetzt in geringem Abstand hinter der Bahn her. Sein schwitzendes, bläuliches Gesicht war vom Ehrgeiz verunstaltet. Die farblose, dicke Zunge lag schlaff auf der Unterlippe. Zunge rein, rief der Vater und lachte. Ob er es schafft? Was meinst du? Ich weiß nicht, sagte das Kind. Ach du Langweiler, sagte der Vater. Das Kind merkte mit einer geheimen Erregung, dass seine Augen jetzt schon wieder nass wurden. Das Fahrrad, der hichelnde schwere Körper und das besessene Gesicht des Jungen schwammen hinter der Scheibe. Mit gekränkter Stimme, sagte der Vater. Und vergiss nicht die Liebe deiner Mutter. Sie ist dein wertvollster Besitz. Präg es dir ein. Vergiss nicht, wie lieb sie dich hatte und handle danach. Tu nur, was sie erfreut hätte. Ich hoffe sehr, du kannst das behalten. Immer größer wurde der Abstand zwischen dem Fahrrad und der Plattform. Aber obwohl keine Aussicht mehr bestand, diesen Wettbewerb zu gewinnen, gab der Junge nicht auf. Siehst du, sagte der Vater. Der lässt nicht locker. Seine Stimme war stolz und fast zärtlich. Das Kind sah in das fleckige Gesicht des Jungen, aus dem die Zunge sich plötzlich listig reckte, zugespitzt. Blass zwischen den weißen, verzogenen Lippen. Der Vater lachte. Siehst du, jetzt streckt er dir die Zunge raus. Vielleicht ist es sogar ein Lauricher, ein zukünftiger Kamerad. Dann würdest du jetzt schon einen kennen. Sie sahen von der Plattform aus die hellgrün gestrichenen Gebäude vor dem Ulmenwäldchen. Alles sah doch anders aus, als auf den Bildern des Prospekts. Sie gingen zwischen den Äckern den großen Gebäuden entgegen. Wie freundlich das da liegt, sagte der Vater. Zu meiner Zeit waren Schulen noch nicht so nett. Da, der Sportplatz. Ich hoffe sehr, du wirst hier allmählich Spaß am Sport bekommen. Richtige Muskeln. Weißt du, du musst sonst auf sehr viel Gutes im Leben eines Mannes verzichten. Ein hoher Drahtzaun umschloss den Platz. Eine Horde von Kindern, die aus der Entfernung einheitlich schwarz wirkte, rannte und stieß und schrie planlos durcheinander. Und ab und zu erhob sich plump und dunkel ein eiförmiger Ball, einem kranken Vogel ähnlich, über die Masse der Köpfe. Komm, sagte der Vater und griff nach der Hand des Kindes. Komm, wir eilen uns ein bisschen. Vielleicht können wir noch sehen, wer gewinnt. Durch die Handschuhwolle spürte das Kind den Wärmestrom. Es hatte Lust, den Handschuh auszuziehen, aber es regte seine Finger nicht. Vom Neuen schwoll das Nasse in seine Augen. Es war ein Gefühl, als wollten die Augen selbst aus der Spange der Lider platzen. Das Nasse schmierte die Gebäude, den Sportplatz, das Gewimmel der Kinder in eine mattglasige Einheit, kreischende Rufe. Los, los, vorwärts, spürte die Hand seines Vaters und roch den fauligen, dumpfen Abendgeruch der aufgeworfenen Erde. Aber es sah nichts mehr, sodass es nur die Erinnerung an den hochtockelnden Ball festhielt. Es ließ den Ball sich höher hinaufschrauben. Es ließ ihn nicht wieder zurückfallen. Zwischen die stoßenden und wetzenden Beine schraubte ihn so hoch, bis es sich nicht mehr vorstellen konnte, dass er wieder auf die Erde zurück musste. Behalt all das in Erinnerung, sagte der Vater. All das Schöne und Liebe, das deine Mutter und ich dir zu geben versucht haben. Wenn es mal trübe aussehen sollte, denk zum Beispiel an heute Nachmittag. Das war doch ein richtig lustiger Ausflug. Denk immer an heute Nachmittag. Hörst du? An alles. An die Wiffelchen, an Wicklers Schau, die Plattform an den Jungen auf dem Fahrrad. Hörst du? Ja, sagte das Kind. Gegen seinen Willen musste es feststellen, dass die Augen wieder ordentlich und klar zwischen den Lidern saßen. Sie waren jetzt nah am Sportplatz. Die quadratischen Maschen des Zaungitters lösten sich einzeln aus dem Dunkelgrau, in das wie eine gegorene, von Würmern geschwollene Pflaume, der Ball zurückklatschte. Nun erst fiel ihm auf, dass es noch nie daran gedacht hatte, seinen Vater zu bedauern. Na, schon Ohrenkrebs bekommen?